Togashi postet weiter, wie gewohnt jeden Tag zwei Bilder auf Twitter und gestern war eins dabei, über das ich kurz reden muss, denn er hat dieses Bild hier gepostet, wo er Kilo zu seinem Geburtstag gratuliert. Ja und auf den ersten Blick wirkt es wie ein ganz normales Bild, das er täglich postet, aber es hat doch einige Besonderheiten, auf die ich kurz eingehen will. Ja zum einen ist es schon mal spannend, dass Togashi hier zum ersten Mal bestätigt hat, dass Kilos Geburtstag tatsächlich der siebte siebte ist. Diese Info stammte bisher nämlich nur aus dem Data Book, von dem die meisten ja davon ausgehen, dass es nicht Kanon ist, da hier Infos drinstehen, die mittlerweile widerlegt wurden, wie der Nenntyp von Sino und Silver oder der Name Maha Zoldek, den es in Wahrheit gar nicht gibt, wie ich in meinem Maha Video erklärt habe. Der Geburtstag von Kilo stimmt ja doch und das lässt natürlich die Frage offen, ob Togashi den Geburtstag einfach irgendwann als Kanon übernommen hat oder ob es doch einige Infos aus dem Data Book gibt, die von ihm persönlich kamen und daher stimmen. Ach Leute, ja das mit den Data Books ist leider so intransparent, denn es wurde bei vielen anderen Anime mittlerweile auch klar gesagt, dass das Data Book nicht von dem Mangaka selbst stammt, sondern von irgendwelchen Editoren. Es ist allerdings in Animes oft so, dass der Geburtstag von Charakteren durch die Community definiert wird und später dann vom Mangaka als Kanon akzeptiert wird. Bei One Piece gab es das auch recht oft. Ja, da Kilo als Geburtstag nun mit diesem Post bestätigt hat, gehe ich stark davon aus, dass auch all die anderen Geburtstage Kanon sind, wie Gon, der am 5.5. Geburtstag hat, am selben Tag wie Ruffy, by the way. Es ist auch deshalb interessant, weil es uns eine Bestätigung über das Alter von Gon und Kilo gibt, die zum jetzigen Zeitpunkt 14 Jahre alt sind. Außerdem, und das finde ich fast noch cooler, hat Togashi das Bild auch mit dem heutigen Datum signiert. Im Gegensatz zu vielen anderen Posts, wo er alte Bilder gezeichnet hat, ist er mittlerweile also sogar so weit, dass er aktuelle Zeichnungen postet, die er teilweise an genau diesem Tag gezeichnet hat. Was bedeutet, dass er endlich wieder so weit ist, dass er quasi auch in seiner Freizeit kleine Zeichnungen machen kann. Er schreibt sogar am 23. Juni, ich bin gelangweilt vom Zeichnen, sodass ich gerade etwas anderes zeichne. Sowas hat es sehr lange nicht gegeben. Auf den ersten Blick hört sich das vielleicht komisch an, aber wenn man es richtig übersetzt, ergibt sich, dass er zur Zeit so gut seiner Arbeit nachgehen kann, dass er sogar in seiner Freizeit Bilder zeichnen kann, die nichts mit dem aktuellen Bürger seines Mangas zu tun haben. Es ist also eine außerordentlich gute Nachricht und das wird mit diesem Bild von Kilos Geburtstag noch einmal unterstrichen. Es ist halt so ein großer Fortschritt, vor ein paar Jahren konnte er nicht mal sitzen und jeder Strich an der Zeichnung tat ihm unendlich weh. Und jetzt ist er so weit, dass er wieder Just for Fun in seiner Freizeit zeichnen kann. Also ja, das ist eigentlich die Hauptbeobachtung, die ich euch mitteilen wollte. Vor allem aber auch, um diesen Post am 23. Juni nochmal ein wenig aufzuklären, weil gerade wenn man ihn mit dem Übersetzungstool liest, klingt der Satz erstmal echt weird. Was ich auch noch spannend finde, ist, dass er zu Gons Geburtstag vor zwei Monaten nichts gemacht hat. Es gibt ein paar Spekulationen darüber, dass Kilo in Wahrheit von den vier Protagonisten Togashis Liebling ist, aber ey, da lasse ich mir jetzt mal auf keine Spekulation ein. Wahrscheinlicher ist, dass er vor zwei Monaten gerade erst noch dabei war, in seinen Flow zu kommen. Es ist auch das erste neue Bild seit langer Zeit, wo alle vier Main-Charaktere auf einem Panel vereint sind. Ich muss auch sagen, dass all diese Gon-on-Kilo-Bilder der letzten Wochen mich wirklich langsam Glauben machen, dass er vielleicht wieder plant, die beiden ziemlich bald in der Story auftauchen zu lassen. Also ja, wollte nur ein kurzes Update geben, vor allem, weil das nächste Video, in dem ich arbeite, noch eine Weile braucht. Okay, tschüss! Okay, tschüss!